ich begrüße euch zu einem neuen let's show und in diesem let's show werde ich euch stp containment brash oder wie man das auch immer aussprechen vermag zeigen so es ist ein grusel-horror-psychospiel und wir werden einfach mal eine neue map anfangen wir nennen jetzt das einfach mal let's show und den mapseed nennen wir auch einfach mal let's show und für alle die die schwache nerven haben oder so sollten das jetzt lieber sich nicht angucken und was anderes sich ansehen aber für alle anderen die das sich wirklich antun wollen geht es jetzt weiter ok wir sind in einem raum dann folgen wir mal ok scp-173 ok 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 erster schock so und ich sollte glaube ich ja erst mal durchwarten erst einmal ganz tief durchatmen ganz tief durchatmen alles jetzt mal um die auf die steuerung zurück zu gehen also mit space kann man blinzeln da unten links seht ihr so eine anzeige da ist so ein Auge die ist blau und die geht nach einer Zeit zurück das heißt wenn die leer ist dann ist so ein blinzeln genau wenn man rennt dann geht die andere anzeige runter so was kann man denn hier so schönes mitnehmen da ist so ein Gasmasker mit dem mit tab kann man das inventar öffnen da Dokument Security bla 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 Reiklet Reiklet das heißt es kann nicht sich bewegen wenn man auf das Teil selbst drauf guckt oder ja das heißt wenn man blinzelt kommt es direkt aufs ein los na super gehen wir mal hier weiter in die Finsternis hier ist ein bisschen Blut bedeutet eh nichts gutes ähm nehmen wir mal die Batterien mit ähm sonst kann man nichts mitnehmen dann gehen wir mal weiter ich hoffe es passiert jetzt nichts Schlimmes ein Büro oh der sieht auch mies aus Kita oder sowas ok oh mein Gott was ist das oh Gott wie dunkel ist das was ich hätte allzu gerne eine Taschenlampe ok das brauchen wir na das brauchen wir erstmal nicht das brauchen wir glaube ich auch erstmal nicht ok dann gehen wir mal langsam weiter ah hier ist noch was Keycard Level 2 ups was auch immer das bedeuten mag dann gehen wir einmal hier weiter wieder ein dunkler Raum wieder ein dunkler Raum was ist das ähm ich glaube das wieder ach Mist nicht so wichtig wir können mal hier gucken das ist auch nicht richtig hoffe ich zumindest hoff ich zumindest meine Güte wie großelig das ist da hinten ist wieder Blut alle die die das gerade nicht mitbekommen mein Herz schlägt richtig 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 laut mein Gott dr. ming ja send mir r das ich glaube das braucht erstmal nicht ich suche aber immer noch nach einer Taschenlampe sind noch mehr Batterien was ist das was ist das was ist das Farbe hm ich weiß jetzt nicht was Ei also eyedrops ah dann geht das schneller weg das äh langsamer weg das gut dann hoffe ich mal dass das uns irgendwas bringt dann gehen wir mal ne da kommen wir her gehen wir mal weiter weiter noch eine Gasmuskla brauchen wir nicht Batterien hm ne ups ok dann gehen wir mal weiter in den nächsten Raum boah 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 Okay. Ja, dann bin ich jetzt tot. Ja. Falls ihr wollt, dass ich noch ein paar mehr Folgen von den Let's Shows machen soll, schreibt es in die Kommentare. Ja, und dann... Bis zum nächsten Video, würde ich sagen.